Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde des guten Geschmacks, hier ist hier der liebe Kevin. Ich befinde mich wieder bei den Corona-Rebellen in Düsseldorf. Hier findet wieder eine weitere Veranstaltung statt. Hier ist der Master Splitter. Jenny ist auch vor Ort. Tut mir leid mit dem Wind, wie gesagt, ich arbeite gerade an der Lösung. Ich habe damit alles zusammen. Ich brauche einfach nur einen T-Stecker, dann habe ich ein externes Mikrofon, was ich erschließen kann. Ich habe schon alles. Bis auf Kleinigkeiten, die ich auf die Schnelles nicht mehr bekommen habe. Aber ich denke, meine nächsten Aufnahmen werden es besser. Aber ich denke, wir werden es jetzt nicht mehr schaffen. Wir werden es jetzt nicht mehr machen. Jetzt heißt es, wir normalisieren. Das ist Roma. Ein Anti-Corona-Hund, ne? Ist Corona-frei. Ja, genau. Hält auch nicht von Abstandsregeln oder so, ne? Wir haben... Es sind zwei Meter Leine, ne? Ja, aber hält so auch nicht von Abstand von anderen Hunden, ne? Ach so. Nein. Nein, meine auch nicht, ne? Nein. Nein. Wir haben kreative T-Shirts. Die meisten kennt man ja. Aber ich filme trotzdem ab, ne? Ja, gerne. So jede Woche neu, ne? Ja, ganz aktuell auch. Ganz aktuell, ganz neu. Wunderbar. Alles klar. Leckeres Wetter ist heute nicht zu berauschen. Durch das Regnetz mal. Ein bisschen Wind ist ziemlich bewölkt. Aber gut, einen wahren Rebellen stoppt auch nichts. Was in dieser Seite los ist, ihr habt es gehört. Und jetzt gucken wir mal, hier mein Deutsche Geschichten gerade. Die LeuteTV ist auch vor Ort. Die Deutsche hat immer wieder, der Deutsche angeguckt, hat man keine Maske vielleicht. Ja, ich stelle mir drauf nochmal, jetzt kurz. Erstmal ganz witzig, was ich hier in der Station wusste. Dann hat er mir gesagt, weil ich seine Arbeit und Leute schreiben möchte. Bekanntes Gesicht, ne? Die meisten Gesichter, die hier sind, sind ja immer jede Woche hier. Der Rucksack mit dem Grundgesetz. So, so, okay, alles klar. Dann danke ich euch für euer Statement. Sag noch, jetzt früh. Hat noch nicht begonnen. Wir hören die TV, wir interviewen. Ich dokumentiere ja allgemein. Hier ist der Sascha mit dem neuen T-Shirt. Guck mal, die Rückseite. Guck mal, hier ist sogar ein Fahrradanlug. Da könnt ihr das direkt so machen. Jo. Wunderbar. Stabil. Stabil. Wenn schon nach rück gehen kann, dann zicken. Sehr schön. Du siehst ja, das ist Dich. Gold. Oh, die Linse reinigen. Hier ist wieder die nette Firma aus Kempen, ne? Die für die gute Beschallung sorgt. Wie gesagt, ist gut, dass sie da ist, ne? Mit super Bühne wieder. Alles super. Was geht? Hallo. 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 Ich hab jetzt ein Mikrofon auf, um besser mit dir reden zu können. Jenny, was sagst du zur Mund- und Nasenschutz-Geschichte? Äh... Mund-Nasen-Schutz. Maulkorb. Was sagst du dazu? Weil ich eine Atemmaske höre. Du weißt, was ich meine. Kann ich nicht so sagen. Nix vernünftiges. Nix vernünftiges. Test, 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 eins hoch. Ja, ja, das ist alles nur noch irre, ne? Genau, genau. Aber das ist schön, dass du heute da bist. Papier-Hautosentour ist wieder aktiv. Letzte Woche warst du nicht da. Ja, ich kann ja nichts mehr aus. Wir sind über Alten, genau. Aber heute... Genau. Heute TV ist nicht immer da, irgendwo aktiv. Nächste Woche, aber nicht, da bin ich in Berlin. Aber dann kann ich über Alten. Nein, das geht leider nicht. Hallo. Na? Alles gut? Bei dir auch? Ja, im Großen Ganzen. Reichen die Kira von dir, ne? Ja. Hier ist die weitere illustre Runde, die kennt man, ne? Eine lustige Gemeinschaft hier, ne? Super Jungs und Mädels. Alles friedlich, wie immer. Ja, genau. Feucht-fröhlich, ne? Teilweise. Wieder und wieder. Das ist ja hier von Freiheit, oder? Das trinken wir Deutschland, ne? Wie gesagt. Das ist BördeTV, wieder an Interviewen. Jawohl, was sagst du zur Maul- und Maulkorbpflicht? Absoluter Schwachsinn. Nervig. Wie gesagt, geht halt nur noch auf den Sack. Ja, das ist richtig, so sehe ich das genauso. Genau. Was sagst du zur Maulkorbpflicht? Ihr filmt euch gegenseitig. Ja, momentan, ja. Sind Voraufnahmen, ne? Aber das ist auch gut und macht ihr euch gegenseitig werfen. Ja, klar. Und ein kreatives Schildchen. Die füllen mich ja immer ab, ne? T-Shirts und Schildchen füllen mich immer ab. Aber das T-Shirt an sich hat das nichts zu sagen, oder? Ob ich was zu sagen habe. Weil das T-Shirt hier, meine ich. Doch, ich bin schon ein bisschen sick über die ganzen Bullshit hier, der so passiert. Also, okay. Ja, also das hat auch schon eine eigene Sprung. Okay. Also, das ist das erste Mal, Kollege. Du kannst dir das nicht zuordnen, so, ne? Ja, nee, nee. Hat man manchmal so, was ich nicht zuordnen kann. Und dann muss man einfach mal dumm fragen, ne? Nee, passt schon. Dann hat man die Antworten. Ja, ja. Gerne. Hast du Fragen? Nein, so weit. Außer, was ich hier hattreibt. Obwohl, das kann man sich ja ahnen, ne? Ja, schon. Wir protestieren hier. Genau. Das ist das Grund, der ist nicht gegen etwas, sondern immer für etwas. Genau. Das soll diesen positiven Spiel mitnehmen. Genau. Und selber denken ist das Wichtigste überhaupt. Und wenn man alles so verfolgt, was hier abgeht, ja, da muss man selber denken. Weil alles andere ist halt fremdes Stück des Denken, was unsere Regierungen und unsere Medien sagen, ja. Genau. Ich fühl's mal lustig, wenn Leute sagen, meine Meinung ist, und dann weiß ich, ach, diese Meinung hab ich doch auch im Sammel gehört. Ja, ja. Das ist doch immer keine richtige Meinung, ja. 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 Ich mein, ich find, ich find immer die Meinungen am besten, die so konträr sind, oder irgendwie schräg sind. Das sind immer die Besten. Dann sind sie mir sympathisch. Ja. Auch wenn sie immer auch richtig schräg sind, ne? Ich hab schon Typen kennengelernt, oder Frauen und so, oder was auch immer, Menschen kennengelernt, die total crazy drauf sind. Aber irgendwie ist mir das sympathisch, ne? Ja. Weil die haben ihre eigene Meinung, ihr eigenes Ding, ich muss davon jetzt nix halten, aber, das ist immer jemand sympathischer als immer, der sagt, willst du, was meine Meinung ist? Und das ist dann auch das, was im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung steht. Ja. Ja, nein. Aber ich mein, ja, es gibt ja gar keine absolute Wahrheit. Und es gibt immer nur einen Teil davon. Ja. Ich meine, Wahrheit kommt ja immer von Wahrnehmung, ne? Jeder lebt so wie mehr oder weniger in seiner eigenen Welt. So, und dementsprechend sind wir die Welt wahr und nimmt das so in dementsprechend wahr und dann, äh, dementsprechend denkt ihr halt, ne? Die einzige Lösung ist einfach mal raus auf die Straße, unter Leute kommen, am besten regelmäßig sich austauschen. Wir kommen ja aus Köln. Wir sind die nächsten Leute aus Köln auf das Dorf gegangen. Ja, wunderbar. Gestern war ich auch in Köln. Bei Julian Assange meinst du, ja? Ja, genau. Ja. Also war ich nicht ganz so willkommen. Wieso? Ja, ich bin halt mehr so der, wie sei es, rechtslastige Streamer. So, und die Veranstalterin hatte ein leichtes Problem mit mir. Die kannte mich ja auch von den Gelbwestern aus Dortmund. Aber gut, hab ich damit gelebt. Und der Straßenkünstler, den kannte ich auch schon von, ja. Vorher ist ja. Denn, äh, nichts gegen ihn. Ich sag mal, ich lass ihn da stehen, wollt's. Aber wie gesagt, äh, dem war ich ja auch nicht grad unbedingt der Beliebte. Und da wollten die, wollten nicht unbedingt, dass ihre Veranstaltung auf meinem Kanal landen. Na, Jus. Gut, ich hab akzeptiert. Und ist mir auch wurscht gewesen. Ja, passt. Wie gesagt, ich kann nicht alles mitnehmen. Aber wie gesagt, hier bin ich exklusiv. Wie gesagt, morgen Essen auch. Ja, ja. Morgen Essen? Ja. Morgen wollen wir wieder nach Köln auf dem Anfang gehen. Na, ich hab morgen Essen. Dann ist es jetzt besser. Wir müssen Köln nicht zu wenig kommen. Das ist halt das Problem. Wir sind halt allgemein zu wenig. Ja, klar. Aber Köln ist irgendwie schon ein spezieller Fall für sich, ne? Ja. Ja, du bist schon, ne? Eigentlich ja. Ich weiß nicht, dass du mal los hast, warum das für wenig stattfindet. Ja, aber ich kann es schon verstehen. Also ich sag mal so, hier, wenn man vergleicht, hier in Düsseldorf ist wirklich alles dabei. Von links bis rechts. Wie sagt auch, ich sag mal, auch schrägere Leute, die irgendwie, keine Ahnung, Sonne anbeten auf gut Deutsch. Sonne, Licht und Liebe. So, und, aber auch Patrioten und Recht. Hier ist alles bei uns, was verträgt sich. In Köln ist das so, mehr oder weniger, man achtet mal auf die Trennung und was könnte die Medien schreiben und... Ja, das ist halt nicht so klar. So, und das ist das Problem. Ja, man darf sich halt nicht spalten lassen. Das ist halt das Problem. Und das wird ja die ganze Zeit versucht. Allein schon ein bisschen Begriffen wie rechts, links. Also ich meine, du meint... Ich meine, ich lass jeden da stehen. Ich gebe es so, ich bin rechts. Da stehe ich ja ganz offen zu. Aber ich sag so, ich lass jeden dort stehen, wo der steht. Die sagt, ich versuche niemals meine Meinung aufzudrücken. Ich respektiere die anderen trotzdem. Ich muss ja nicht deswegen jeden hassen oder ablehnen oder... Macht ja auch keinen Sinn, oder? In meinen Augen. Ich meine, dafür haben wir eigentlich eine Demokratie. Dafür haben wir eigentlich Parteien. Darum besteht ja eine Demokratie, dass man verschiedene Meinungen zulässt. Darum haben wir verschiedene Parteien. Dass man sagen kann auch, da sagt man was... Weil, sag mal, jede Partei hat, sag mal, auch wenn... Die Partei jetzt nicht mehr funktioniert. Aber das sollte so funktionieren, dass jede Partei eine Bevölkerung geschickt hat, die er vertritt. Und dann führt man einen gemeinsamen Konsens, dass sich keine Seite, egal wer, an die Wand gedrückt fühlt und sagt, Hallo, ich kann nicht mehr. Aber das wird ja gerade schon die ganze Zeit gemacht. Richtig. Wir haben ja diesen Framing-Rahmen, in dem gedacht werden darf. Und alles was rechts ist böse und so. Ja, und die Rechten sagen einfach was links ist böse. Es gibt auch nur eine Einladung von den Medien und so. Das ist alles bekannt. Das kann man ja auch schon vor Corona-Master gesehen. Ja. Das muss man auch einmal betont. Zu den wichtigen Themen wird gespalten. Und dann nur eine Meinung zugelassen und so. Das ist halt das. Ja, genau. Aber seht anderen Schwachsinn, da kannst du sagen was du willst. Ja. Ja, aber wir leben einfach... Ganz ehrlich, ich bin auch, wir leben in einer kaputten Welt irgendwie, ne. Wie gesagt, ich bin keiner, der jetzt jedem anderen Denkender hast. Ich kann konträre Meinungen genauso akzeptieren. Auch wenn sie nicht einer Meinung sind. Aber wie gesagt, ich versuch's eher auf der menschlichen Ebene. Wie gesagt, man muss ja kein schlechter Mensch sein, deswegen sein oder so. Ja. Ich bin auch kein schlechter Mensch, ne. Du wärst im Begriff der Menschheitsfamilie von der Niederganza. Da sind wir doch schon dabei, oder? Ja. Wenn man niemanden ausgrenzen will, dann ist man noch ein Begriff der Menschheitsfamilie. Naja, ausgrenzen gehört sein Leben dazu, ich sag mal. Dafür haben wir Länder, ne. Ich mein, Länder sind auch Kulturräume. Ja, aber ich sag mal so, aber das heißt nicht gegen Einwanderung zu sein an sich. Sondern, äh, ich sag mal. Den eigenen Kühlschutz zu erhalten. Ja, genau. Darum geht's auch am Ende. Ja, aber darüber dachten wir heute Tag ja gar nicht mehr laut reden, oder? Nein, das darf man nicht mehr. Ja. Ich sag mal, ich sag mal, die Hälfte meiner Freunde, ich sag mal, die Hälfte ist ein Teil längs, ein Teil rechts. So, und dann hab ich auch noch ausländische Freunde. Und ich wollte mich von jeden Stellen, der, sag mal denen, was will. Ja. So, ich sag mal so, und das sag ich als Rechter. Und die, die wissen genau, wie ich bin. Ja. Ja, ja. Ja, das bringt doch auch nichts irgendwie. Ich weiß, ich bin da nicht. Ich würd mich niemals als rechts oder links befinden, weil ich gar nicht mehr weiß, was das bedeutet. Ich weiß schon, was das bedeutet. Ja, nein. Ich weiß auch, was das bedeutet. Die Leute heute sagen, ich wissen nicht, was das bedeutet. Genau. Das ist das Problem. Also rechts ist vielleicht so und links ist gut. Ja, wenn man die sozialen Medien betrachtet, denkt man sich manchmal auch so. Gesagt mal, gibt es nur noch schwarz und weiß. Ja, nein. Ja. Also, wenn man Facebook, Twitter, guck mal, ganz in Ruhe durchguckt, weil ich regelmäßig beobachte, ich beobachte auch alle Gruppierungen. Ja, ja. So, beobachte sie, ich reagiere auf sie, was ich regelmäßig mache. So, und dementsprechend denke ich mir auch so, gibt es nur noch schwarz und weiß. Und wenn dann extrem Linke sagen, ey, man redet sich mit den Rechten, dann denke ich mir ganz ehrlich, okay. So ein Satz würde nicht mal von mir kommen. Ja. Ich geh auf jeden offen zu, der mit mir offen umgeht. Sag mal, es gibt immer einen gemeinsamen Nenner. Einen gewissen Konsens, wo wir uns einig sind. Ja, ja. Irgendwas gibt es immer. Ja. Und wenn es vorbei ist... Jetzt wird man den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und wenn es nur vorbei ist, wir werden, keine Ahnung, trinken gemeinsam ein Bier oder eine Cola. Ist doch scheißegal, aber es ist ein gemeinsamer Nenner. Ja, natürlich bin ich ganz bei dir. Gut. Gut, dann danke ich dir. Gerne, viel Spaß dann. Ja. Ja. Hast du schon die neuen Markierungen auf der Treppe gefilmt? Nein. Die Düsseldorfer, die haben irgendeiner, muss da Markierungsfetischist sein in Düsseldorf. Okay. Dann gucken wir mal. Na gut, die Streifen habe ich schon gesehen. Hier mit den zwei, mit den Düsseldorf. Ja, dann guck mal, aber das glaubst du nicht hier. Guck dir das mal an. Na ja. Fehlen bloß noch die Schilder, ne? Und da frage ich mich jetzt, soll das jetzt für alle Zeiten so bleiben, oder? Ja, ja. Fehlen bloß noch die Schilder, ne? Das ist schon eine richtige Markierung. Die kriegst du nicht einfach mehr so ab. Ja, ja. Sagt vielleicht über seine Schilder, eine Ampel und ein Polizist, der hier steht und noch die Handzeichen gibt. Also die neue Realität, oder was? Ja. Unglaublich, oder? Ich muss es auch nicht mehr verstehen. Also, irgendwann ist es mal übertrieben, ne? Also, weil kannst du nur noch hier mal stehen, wo du laufen darfst, oder? Ja, genau. Am besten nur noch mit Passierschein, ne? Passierschein A1, oder so. Ich glaube, ich habe schon. Das ist schon krass hier, oder? Ja. Kannst du dir echt nicht ausdenken, oder? Ne, kann man nicht mehr. So, so. Ein kreativer Hut. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich ganz plötzlich... Na, kein Thema. Ich bin ein YouTuber. Ich bin nicht mal im Fernsehen. Jetzt muss ich professionell sein. Ich hoffe, dass ich zeige, was dich hier so ergibt, ne? Wahrscheinlich bin ich ja schon ein paar Mal drauf, aber die Welle, die ist noch nie richtig fotografiert. So, jetzt ist sie auf dem Film. Jetzt ist sie drauf. Jetzt ist sie drauf. Ja. Und? Gemütlich? Das ist sowas, kommt nur alles, ey. Ein bekanntes Gesicht, ne? Sieht man immer wieder. Ja. Ja. Gut in Tag. Alles gut. Schön in Tag. Vielen Dank. Dusseldorf. Habisch, Leute. Schön, Leute. Komm, Leute. Die Samstag. Die Leute, Freunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, Leute. Alles gut. Habisch, Leute. Komm, Leute. Komm, Leute. Freunde. Rom, Leute. Freunde. Vielen Dank, Dusseldorf. Salute. Sisi. Julian. Die meine Wagen. Die haben die Samen-Transport. Samenflaschen mit Glas Bier. Du tust was für... Dosen. Ja, genau. Du tust was für dein Geld und es ist okay. Ja. Ist in Ordnung. Ich find das nicht schlimm. Ja, genau. Nicht schlimm. Polizei. Kein Problem. Die Polizei. Nein. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Ja, genau. Ich find's auch in Ordnung. Ich find's oftentimes vor... und alles noch J Feels in Ville, Und ich hab 동 IchIDィ muss in Ville auch schon mit roof voz. Ich mag alles und fired irgendwas. Okay. Dankeschön. Danke. Danke. Na, der nächste bekannte Gesichter, alles klar? Hallo Kevin, sei mir gegrüßt. Alles klar? Köln war das noch reinfallen? Ja, bei mir immer als Bessens. Aber Köln war das noch reinfallen? Voll der Reinfall. Schon gehört. Wie gesagt, das hätte auf meinen Kanal nicht mehr gepasst. Bei meinen Augen, ich sag mal, die Waschung an sich war okay. So wie die Sache an sich, wie die Freilassung. Aber wie gesagt, an sich war die Waschung für mich so extrem linkslastig. Und da ich ja eher ein patriotischer Kanal bin, hat das nicht gepasst. Und die Veranstalterin, die Bibi, die da noch ran hing, die wollte das dann auch nicht mehr. Und dann dachte ich mir, wisst ihr was, da sind wir ja irgendwie zwei Meinungen gewesen und dann... Müssen wir ja nicht haben. Na, ich kann nicht alles mitnehmen, ich find's aber okay. Es war wohl offen gesagt, es wurde angesprochen. Und dann findest du auch in Ordnung. Wie gesagt, ich bin nicht nachtragend oder so. Macht ja auch keinen Sinn. Wie viele Leute waren da ungefähr? Ich denk mal 100. Anfangs, in Spitzenzeiten 100 Leute, über 100 teilweise. Und ne Kamera ist weggekommen, ne? Ja, ja, die wurde geklaut. Auch nicht von dir. Nein, nein. Von irgendeiner jungen, ganz jungen Fotografin. Aber ich weiß nicht wer, da saß ich gerade irgendwie hinten, hinter dem Mobil da, wie es jetzt nennt da, dieses Beschriftete da. Da hab ich da gemütlich eingenehm gehalten. Ja, da war ich nicht mitzukommen. Was hast du denn eigentlich letztes Wochen von Klops wiedergebracht? Weiß ich, weiß ich. Du hast dein Leistung von Wittlich gesehen. Ja. Wolltest du da die alte Frau an sich abkuschen, da die Herzen oder was? Nein, das war ein Interview. Da war ich mit Bördi nicht mehr unterwegs. Ja, da hast du da hier ein Glas umgeworfen für ein T-Shirt. Ja, wollen wir sehen nicht. Passiert. Dieser Kabel auftauselt, gar was. Ja, das halt tut, ne? Ist halt kein Fernsehen, es ist halt nicht professionell. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, da Wittlich zu fahren? Ja, da geht das Wittlich zu fahren. Ja. Ja, aber die Antifa war schon recht lustig. Ja, ja. Und die waren ja dann, wusste man, die waren auf welcher Seite, die haben gestrehen, oder? Ja, aber das war mir überrascht, dass die so naheinander standen. Das heißt, die Lautsprecher im Prinzip, das war eher so ein laufstärkter Krieg als ein anderes. Ganz schlecht. Ja, das war ja so. Also, und dann, die Reden so filmen, die hätte ich ja direkt neben nachschauen gesehen die ganze Zeit. Also, das war ne Katastrophe. Das finde ich ja lustig, hast du dich mal reingezogen ins Stream. Ja. Ich filme halt ab wie es kommt, ne? YouTube heißt, Däumen, Däumen und Däumen aufnehmen heißt so nehmen wie es reinkommt, ne? Ich habe meine Meinung nicht zu bilden, oder sonst was. Ich mache das neutral. Genau. Bist du hier eigentlich schon mit dabei? Ja. Mit dem neuen Auto da? Ja. Mit dem neuen Auto da? Mit dem neuen Auto da? Mit dem Sven jetzt die Tage lang geschrieben? Ja. Wo ist der hier? Wo ist der? Der hat irgendwann gar nicht gesehen. Ja, der vorne ist. Der war ja besonders. Der habe ich auch schon angesprochen. Da vorne ist er doch. Dann haben sie es hält. Okay. So, jedenfalls, äh. Weil, da sollten wir vielleicht die Übermachtung anbeladen. Weil, wenn da einer mit dem Auto alleine fährt und der fährt dann 24 Stunden durch, dann ist so viel gefährlich. Muss man sagen. Ich habe da mal Hotels ein bisschen recherchiert. Also, so zwischen 27 und 33 Euro. Da hat es eigentlich eine Meckern. Übernachtung und Frühstück. Eine Nacht. Wenn man hat, ja. Ich muss gucken. Auf jeden Fall. Oder jemand, äh. Ne. Das bringt ja nicht. Sind alle wach trotzdem. Ja, äh. Da kommt der Kind aus dem Schlaf. Weil jetzt fängt der früh um 10.30 Uhr an. Das heißt, du musst nachts um 3 Uhr mindestens losfahren. Ja. Und das geht bis abends 21.30. Also, der offizielle Teil ist 18.30. Und dann ist man so, wenn du live Musik anschließend bist halb 10. Halb elf. Halb elf. Halb zehn. Ja. Und wenn du dann erst zurückfährst, dann hat der Mann nicht geschlafen. Ja. Schwierig, ne? Ja. Ich weiß noch, ich würde auf jeden Fall mit Berlin zu festen Planung. Genau wie dort. Wenn Tag in Deutschland ein, das auch eine Demo ist, würde ich auch nach Berlin. Würde auf jeden Fall sein, denke ich schon. Letztes Jahr war ich auch da gewesen im Oktober. Mal gucken wir mal gemeinsam, wie günstig fahren. Ich muss ja auch mal gucken, wie ich günstig hinkomme. Aber Berlin bin ich auf jeden Fall. Da soll ich das auch mitnehmen. Aber wie gesagt, wenn man mit dem Auto fährt, dann hat er gesagt 45 Euro in der Autofahrt. Im Hotel so ungefähr zwischen 28 und 33, 34 Euro. Ja. Dann hat es ja mal überlegen, weil da muss ich dann noch mal buchen. Dann hätte ich auch Zeit, das dann kurzfristig auch noch abzusagen. Weil du weißt, bis zum 30. Juli absagen. Ja. Dann wollen wir mal schauen. Wir sind mit Ihnen, wie viel Herz hält. Wie auch viele Städte aus �arke. Nein, das geht. Wie auch viele Städte aus. Wir sind mit Ihnen. Genau! Nein! Danke! Und da ist er wieder. Hallo, grüß dich. Super, man ist wieder da. Du musst ja. Wir brauchen jeden. Genau. Und deswegen bin ich auch wieder hier. Hast du ja angekündigt. So klein hat es auch Spaß, ne? So muss es sein. Nein, 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 nein. Das ist ein... Alter, Ströme weht da. Na, die Mädels sind auch hier am Schildschina machen. Ganz fleißig. Na, Ströme kennen wir ja schon, ne? In Köln war ich vor drei Wochen oder so. Achso, das Schild da auch schon fotografiert wird. Vorhin vor drei Wochen in Köln war ich nicht in Köln. Ah, okay. In Köln bin ich relativ selten. In Köln bin ich relativ selten. Das ist ein recht komisches Demo-Volk. Ja? Nee, Köln ist irgendwie total anders. Das kannst du jetzt mit dem Ruhrgebiet nicht vergleichen. Nee, die Menschen sind anders drauf. Die sind anders drauf. Wie gesagt, da komm ich nicht ganz so mit den... Bin ich nicht ganz so beliebt und... Ich sag mal, die sind auch ein bisschen komisch, was wenn die gefilmt werden wollen und so. Die sind ganz komisch drauf, die Leute in Köln. Also ich war am Rhein. Ich war irgendwie am Rhein verlegt worden. Ich glaube, ich hab nur einmal in Rhein hier diesen... Warte, wie das war... Vor ein paar Monaten, warte mal, ein paar Wochen. Da, wo die Menschenkette auf der Brücke gemacht worden sind... Ja, da hab ich schon mitgemacht. Aber ich weiß nicht mal, wann das war jetzt. Was war es vor zwei oder drei Wochen? Drei, vier Wochen. Ja, ja, das kann sein. Aber ansonsten... Also Köln-Demos sind jetzt nicht so mein Fall, ne. Super, dann sind wir hier ja am richtigen Haus. Hier ist recht sehr bunt. Hier ist wirklich alles bei... Alles, was geht. Also hier ist wirklich total bunt gemischt. Finde ich aber richtig klasse hier, also... Und nachher gehen die über die Köln. Hab ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Macht echt Spaß. Wie gesagt, ich bin ja jetzt hier feste YouTuber. Wie gesagt, exklusiv... Also ich hab ja auch mal besprochen, dass ich exklusiv Düsseldorf immer mache. Also egal, wo was ist, wenn Düsseldorf ist, bin ich hier. Und dann stellst du das ins Netz? Genau. Wie gesagt, hier ist mein YouTube-Name. Ich darf ja schon ganz offen so rum. Und falls es nicht reicht... Warte, haben wir ja eine Krüfte bereit? Dann haben wir diesen Kater. Bin ja vorbereitet, ne. Weitere Teile mal getroffen mit neuen Schildchen. Wunderbar. Hätten auch noch? Ja. Wie hier? Ich glaube, das habt ihr auch schon gesehen. Wie hat er kommt? Aus Köln. Ah, extra aus Köln gekommen. Wunderbar. Wunderbar, ist doch gut so, ne? Hier ist echt eine gute, bunte, lustige Truppe. Das macht Spaß. Startkräftige Stützung aus Köln. Ja, genau. So, wie es sein muss, ne? In Köln ist ja jetzt nichts heute. Extra nicht. Ja. Ob wir hier ein bisschen stärker erscheinen können. Genau. Genau. Wir haben eine Wählergemeinschaft aufgemacht und wollen nach Schroda, aber... Ja, gestern war ich ja auch so Köln in Besuch. Okay. Achso, okay. War das was? Ja, die Gustavsfeier von Julien Assange, oder wie heißt es? Julien Assange. Ah, okay. Ja, hab ich aber nicht gefilmt, aber ich war die ganze Zeit da und hab das ganze halt begleitet. Aber nächste Woche ist das wohl schon wieder mehr in Köln, so sagen wir. Na, in Köln muss ich gucken, ich bin mal spontan, ne? Wie gesagt, hier in Düsseldorf hab ich fest, ganz exklusiv und alles andere ergibt sich. Ich sag, morgen bin ich ein bisschen essen, ist fest in Planung. Aber Köln ist doch sehr wenig dort, erschreckend wenig. Ja, aber Köln ist doch total anders, was Demokultur betrifft. Ja. Man denkt, das ist eine... Man kann eine Ruhe als Ruhrgebiet, Demokultur im Ruhrgebiet nicht mit Köln vergleichen. Also hier... Man denkt, das ist eine offene und liberale Stadt Köln, aber da sind die Schlafplätze... Ja, aber ich finde in meinen Augen auch extrem linkslastig. Das heißt, sie achten extrem auf den Ruf, die wollen überhaupt keine... Ja, sie achten auf den Arsch hoch, also rechts, gegen rechts hoch. Ja, die sind extrem. Ich sag mal, hier ist eine mutterliche jetzt links-rechts bei, da sind Leute bei, die, keine Ahnung, Luft und Liebe predigen. So, ich sag mal, hier wird als akzeptiert, das ist echt eine bunte, lustige Truppe, aber Köln ist ein bisschen steif. Ja, das ist ja vertraulich, hab ich gar nicht vorher gedacht, aber ist ja... Ich will nichts denen die Kölner sagen, ist okay, die sollen ja ihren Stil haben, aber die sind in meinen Augen ein bisschen, sag mal, steif, obwohl die sich als bunt und tolerant nennen, aber genau das führt dafür, dass sie so steif sind. Und alle, die jetzt zum Kölner Karneval waren, von denen hast du nichts. Die nehmen das, äh, die akzeptieren das, dass es abgesagt wird, alles gut. Na super. Ohne Widerrede. Na super. Ganz super. Also, wir machen ja jetzt sprachlos, ja. Aber für eine rechte Demo kriegen sie, gegen die rechte Demo kriegen sie 1000 auf der Straße. 10.000, ja. Ja, WDR, ich kann mich erinnern. Ja, schon. Ich kann mich an WDR erinnern, wie gesagt, hab ich ja komplett gefilmt oder so. Das war schon ne heftige Nummer, warst die da auf der Straße zu setzen? Ich will nicht, gar nicht hören, es kommt ja. Ja, ja. Das ist schön. Aber gut, dass ihr hier seid. Gefällt mir. Wir wollten wenigstens im kleinen politischen Anfang da versuchen, was zu verändern. Also mental ist ja Köln irgendwie, hier Düsseldorf der Hotspot geworden für die Corona-Rebellen. Also muss man lassen, ne. Also von der zahlenmäßig, von der Stimmung her, von insgesamt, das ganze Paket, ist Düsseldorf der Hotspot geworden, ne. Trotzdem erschreckt wenig. Schreckt wenig. Schreckt wenig. Hier Düsseldorf kommt alles top. Ja, weil insgesamt, wenn du das auf die Menge beziehst, ne. Nein, also wenn man, ich sag mal, wenn man denken würde, dass nur 1% aller Düsseldorfer hier stehen würden, gibt's was leider voll in den Bergen. Wenn doch einfach der Düsseldorfer oder 1% der Kölner oder sonst was, was denn hier los wäre. Ich rede doch von 1%. Können sie mal geben, 1% ja. Ja. Fragen sie alle, warum sie kommen sollen. Ja, die gehen wahrscheinlich dann auf die Straße, wenn es ihnen wirklich an den Kragen geht, ne. Die warten jetzt auf den Tag x, wo... Das merken die gar nicht. Die denken alles wieder wär gut. Ja, die warten wahrscheinlich auf den Tag x, wo sie wollen auch in den Kragen gehen, wenn sie ihre Wohnung alles mögliche verlieren. Dann können sie auf die Straße. Ja. Aber die müssen erst wirklich, äh, wirklich... Also die müssen erst wirklich, äh, wirklich... Ja. Ja. Können sie auch sagen in Eignung. Ja. Aber ich meine, ich reagiere schon lange, lange vorher und sage, wie gesagt, ich reagiere auf die Straße, wenn ich schon merke, da bahnt sich was an. Mir sagt man, ich rufe doch nicht erst die Feuer, wenn das Haus schon vor dem Klamm steht oder, oder, oder rufe ich irgendwo, oder rufe ich die Polizei bevor, wenn ich weiß, der Brandstifter ist eigentlich schon da, hab ich angekündigt. Ja. Erstaunlicherweise sind die Ostdeutschen, die das Erden gespielt haben. Ja. Weil die, die denken, dass... Wiederholt sich das jetzt? Ja. Also wie gesagt, ich bin ja selber in Osten. Ja. Also, genau. Ja. 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 Aber ich wohne seit 2001 schon hier, äh, nicht direkt. Aber ich will ordentlich voll Kameras sagen, weil ich hab gewisse Leute, die wollen das gerne wissen. Äh, haha. Aber hier in der Nähe. Wann fängt er hier an? Um 14.30 Uhr? 15 Uhr? 15 Uhr 15.30 Uhr. 15 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 Uhr. Leute, immer noch aktiv, ne? Da ist wieder jemand aktiv, wie ihr seht, Leute. Wenn sie sich da dran, und mit dem Aktien ist, dass sie in diesen Rakis. Aber diese Rakis, wir lassen sich immer noch die Rakis. en Sofort. Die Rätsel ist der Tag, der Interfate. Das ist für einen Moment. Die Räumen ist der Tag. Das ist schon lange. Und da bin ich wieder, ne? Hier werden Schilder vorbereitet, ich denk mal die Ortsschilder, ne, nicht Ortsschilder, ne, ne, guck mal, was wird hier vorbereitet. Ah, das ist neu, das hat man noch nicht in Düsseldorf. Neue kreative Schilder, wunderbar. Die ganze Menge davon, guck. Da sind die bekannten Schilder wieder, ja, Aachen, da drüben, Neuss, Mönchengladbach. Ich begrüße euch alle hier auf dem Platz der Demokratie in Musseldorf. Es ist Rino Deutschland. Das 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 ist Rino Deutschland.